So, Servus und willkommen zurück zu Let's Play Brick Force. So, hallo. Ja, okay, der Spasti will mal wieder nix sagen. Da führt jemand selbst Gespräch. Jetzt hast du doch was gesagt, du Idiot! Ach nee, nee. Mit wem sprichst du bitte? Echt, es gibt Menschen, die sind ein bisschen... ...Panne im Kopf. Ja, aber nur ein bisschen. Von wo? Ich denke mal, es zählt kein Schwein, warum ich weiß Gott aus Heim im Himmel immer wieder hier bin. Das interessiert wirklich niemanden. Da hast du recht. Da hast du sowas von recht. Das interessiert... Lange Story! Lange Story! Ja, aber es interessiert niemanden. Ich glaube, du bist tot. Nee, ich tue nur so. Ah, okay. Ich voll Idiot. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Na, außer bei dir. Ich glaube, die meisten kennen nicht mal deinen Namen. Guten Tag, ich bin der Klaus-Walter Günther. Mit anderen Worten... Ich bin 29 Jahre alt und möchte mich bei dir SDS bewerben. Mit anderen Worten, du bist die Kartoffel. Ich weiß noch nicht mal, ob man dich richtig hört. Komm mal näher ran. Nachher lächst du wieder mein Haar. Ja, ich warte eigentlich auch nur noch auf die Fanfiction. Es hat schon... Es ist schon wieder was länger her, dass ich geduscht habe. Das wollte wirklich niemand wissen. Wohlbekommen. Das wollte niemand wissen. Das wollte niemand wissen. Das schlimm ist normalerweise schreit laut genug, dass man mich selbst von der anderen Seite des Landes hören kann. Ja, du hast doch wieder recht. Nur, ich bin in letzter Zeit ziemlich sick. Nein, du bist einfach nur geistig gesund geworden. Nee, ich bin sick. Halsschmerzen und so. Ihr wisst ja schon. Das ist üblich. Ja, komm. Hör auf mit deinen faulen Ausreden. Drei zu fünf. Ich bin der letzte Dreck. Dragonlord. Danke. So. Dann muss ich mal eben schnell eine Katze auskotzen. Tut mir leid. Was kotzt du aus? Eine Katze. Okay. Ja. Sag dem Niveau Wiedersehen. Penis. Das kam aus deinem Bild. Ja, wir müssen... Wir müssen das Niveau wirklich mal ein bisschen niedriger halten. Was ein Abfuck. Jeder muss blocken. Lass mich hier raus. Nee, musst du nicht. Halt die Klappe. Woher die liebe Walter ins Mikrofon gefifft hat, dass ich... Kokosnuss großentum auf dem Kopf bekomme. Ja, sei froh, dass du grad nicht mit dem Kopf heran dran bist. Nichts hören kannst. Weil, ey, ich hätte mir den Spaß wieder gegönnt. Ah, hab' mir abgeartet. Nee. Ich hör' Death Metal. Das ist so nix dagegen. Shit. Ohne Witz. Ah, bis jetzt hab' ich ja hier drin zwei CWs gemacht und beide hab' ich natürlich gnadenlos verkackt. Du weißt, glaub' ich, nicht mehr, was das ist, ne? Ich weiß nur, dass du scheiße bist. Das wusste ich auch ohne, diese Information. Aber rede weiter. Ach, ja. Im Grunde eigentlich... Ach ja, was ich sagen wollte ist, ähm, schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge habt für das ein nächstes Gewinnspiel. Nämlich, BF hat bestätigt, ähm, dass wir gerne ein neues Gewinnspiel machen können. Deswegen, ich finde, diesmal schreibt ihr mal einfach die Vorschläge rein. Ne? Ich könnte doch schreiben, wie es findet, dass ihr mal wieder meine ätzende Stimme hört. Ich glaub... Du machst dir extra 20 Fake-Accounts, abonniert dich damit und schreibt extra rein. Scheiße, den wollen wir nicht. Geh' nach Hause. Dies, dich. Nur 20? Das wär' ja noch lame. Ja, sonst fällt's auch genug, einmal 20 Abonnenten mehr aus. Wer hat Skype? Ich nicht. Ich schreib's ja nur immer wieder unten in meine Videos rein. Ach, come on! Nein! Ich hab sowas von kein Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Ich hasse dieses Loch! Ich hab's vorher gesehen. Ja, ciao, bis zur nächsten Folge.